genau jetzt bin ich wieder da weil ich gerade was gegessen habe ich eine frangere schwau äh schwangere frau meinte ich nicht eine krangere ich kann zwar nicht mehr sagen was ich gerade erfunden habe also Semmel mit Waffeln mit Keksen mit Nutella mit Milch mit Apfelsaft mit Bierschinken und mit Stadtwurst mit Senf und so weiter in eine Semmel alles drin ja okay ich hab die Klamotten äh die Dinger da okay ich soll jetzt Heilpulver ähm ok aha das kapiere ich nicht ach das sind die Rezepte wo ich da hab ähm Atomcocktailmüdigkeit minus 168 ähm Durst mir plus 50 Energieresistenz geil okay ich kann ein Gecko Steak machen da bräuchte Gecko Fleisch dazu und ich Heilpulver genau ich mach mir erst mal das da ja akzeptieren wir haben ja mal sieben Stück davon oder ja geil das gefällt mir Großhorn Fleisch ist es cool ich kann Sachen kochen ja ah ok cool studen scheiß drück Entschuldigung oh mein Gott ich bin immer noch krank so Heilpulver hinzugefügt hab ich gemacht hey nicht schlecht sehen sie um nach Rezept zu arbeiten braucht man nur die richtigen Zutaten manchmal braucht man nicht mal ein Lagefeuer vielleicht müssen sie mal an ihre Waffen umfummeln wichtig ist dass man dabei weiß wie es funktioniert man braucht eine richtigen Arbeitsplatzwerkbank oder eine Ladebank ok ok ich kehre jetzt um hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst oh ok Trudy die Barkeeperin des Protector ist so eine Art Stadtmutti und trifft gerne alle Neukömmlinge sie wäre sauer auf mich wenn ich sie nicht bitten mir mal vorbeizuschauen und hey zu sagen das mache ich doch gleich mal ne am besten gehe ich mal dann nach da hinten ah cool der Rollercoasterpark da muss ich auch mal hingehen äh das Telefonklingel ich sollte hingehen hm es klingelt immer noch es klingelt immer noch ich glaube es nicht oh Gott dann gehe ich auch mal hin mein Gott ich bin gleich wieder da natürlich kam ich gerade zu spät zu dem blöden angeklingelten Telefonat was solls äh Data am besten gehe ich mal nach Goodspring ich könnte eigentlich kurz ein Keks essen nein ich will Keks und Eke die sind böse Keks sind echt böse effektive Verkleidung sein ok muss euch hin zur Saloon Mutti oder so ich will meine scheiß Waffe wegstecken hey wie geht denn das Temps Waffen X ist Mod ah ja oder ich mache sowas so was In den Salon mal gehen. Die Reise bestehen. Ach. Hey. Was willst du da? Okay. Also, jetzt versteckt sich einer. Ich will... Okay. Ich rede später mit ihm. Ja. Sie haben ganz schön viel Aufruhr gesorgt. Sie haben endlich kennengelernt. Ah, servus. Ich habe... Ach, Angebot mal zeigen. Wasser hat sie. Ich würde gerne Wasser nehmen. Oh, Bier. Bier ist gut. Ich meine, Bier ist böse. Na gut, was soll's. Oh, Selbstsystem, wie viel kostet das? 30, nehme ich doch mit. Und ich nehme noch irgendwas cooles. Falschen. Hm, nee. Ah, nee, das war's. Äh, akzeptieren. Okay, verlassen. Okay. Ich habe ihren Streit und angehört. Warum Ringo ist dabei? Okay. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebende eines Angriffs sagt, er verfolgt von fiesen Leuten. Braucht er ein Versteck? Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm einen Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass er sich jemand verfolgt. Wo ist Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf der Hügel verschanzt. Warum töten Sie, kommt nicht einfach und basta. Sie meinen ihn ermorden? So was machen wir nicht. Auch wenn ich die ganze Zeit huste. Entschuldigung. Ein paar der anderen sagen, Sani zum Beispiel, werden sich auf Ringo's Seite schlagen. Okay. Pulverbanditen? Strafgefangene. Die RMK hat sie aus Kalifornien hergebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sie leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Heftlinge, Dynamite und Sprengflügelbeinne zu geben. Okay, dann gab's einen Ausbruch, ist mir egal. Entschuldigung. Also, wenn du Ringo aus dieser Mühe bekommst, hätte ich eine gute Reputation für den Besuch. Ich hätte dich auch auf den Discount. Natürlich, helfen Ringo würde auch die Powdergangers schlauern. Und sie haben ihn. Helfe ich Ringo, bin ich also in Godspring beliebter. Und was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Keine Ahnung, aber warum sollten sie was tun? Okay. Also, es ist wieder so eine Sache, wenn ich dem Ringo helfe, dass er wegkommt, ähm, mögen mich Leute in Godspring. Wenn ich den Pulverbanditen helfe, dann hassen die mich in Godspring. Ja, ja, ein Sträfling. Ich versuche, Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Nicht viel. Okay. Ist mir egal, er hört die Fresse. Die ganze Gegend ist von den Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Ah, I-15, ein Abschnitt, also eine Gegend hier. Strip. HMH 93, okay. Sure. The outside looks okay, but there'd be caps in it for you. I do like to hear what's going on in the world. I know that thing as much as anyone else around here. Okay. Was macht er hier eigentlich? Other than rolling around once in a while, ich weiß nicht. Ach so. Das hier überspringen ist es nicht so unglaublich wichtig, das ist bloß hier wieder die Geschichte hier. Und das interessiert mich nicht so sehr. Äh. Wie es ist. Es ist immer etwas interessantes, aber die größte Neuheit muss sein, dass die kommende Doppelung der NCR und der Legion am Damm. Legion of the Damm. Legion of the Damm, die Legion am Damm. Reden wir über... Ne, will ich nicht. Warum wollte Ihre Meinung nach so viele NRK als auch Legion der Damm? Okay. Okay, Händler. Auch noch interessant. Okay, jetzt hab ich's. Kaputtes Funk-Gerät. Kartenmarkierungen zugefügt. Mal schauen. Äh, Dateien. Aufgaben. Ach ne, sonstiges. Und dann Notizen. Kaputtes Funk-Gerät. Das Funk-Gerät des Prospector Saladun in Goodspring wurde von einem durchreisenden Großkahn kaputt gemacht. Judy hat sie gebeten, es gegen Bezahlung zu reparieren. Na, mach ich doch mal, oder? Hä? Herausforderungen gibt's? Aus nächster Nähe. Töten Sie Gegner mit Nachkampfwaffen. Hey, geil. Ballerspiel. Töten Sie Gegner mit Schusswaffen. Okay. Der Gewehrschütze. Okay. Energetisch. Für eine Handvoll Hallos. Okay. Töten Sie Gegner mit Sprengstoff. Töten Sie Mutierte. Okay. Okay. Notizen. Was ist das da? Das ist die Anweisung, die ich bekommen habe, bevor ich hier eingeliefert wurde. Bei Bonus bei Abschluss 250 Kronen gucken. Zwei übergroße Würfel aus flexiblen Material. Okay, interessiert mich nicht. Ich würde das Funk-Gerät. Was ist das da? Ah. Bei der Untersuchung der inneren Bauteile des Funk-Geräts zeigt sich, dass mehrere Teile und verbinden Verbedingungen, ist falsch geschrieben das Wort, sich gelöst haben, als es auf dem Boden fiel. Das sollte relativ leicht wieder zu reparieren sein. Na, 20 habe ich doch. Yeah. Ich habe es repariert, bekomme 10 EP und steige nicht auf. Fail. Trockenkehle, kann ich ändern. Ich habe das Funk-Gerät repariert, Madame. 50 Kronen gucken. Egal. Goodsprings, positiven Ruf erworben. Du bist willkommen. Na, ich tue jetzt nicht so. Okay, toll, ist mir egal. Ich will kurz was kaufen, aber ich habe jetzt gerade eine ganze Menge Kronen bekommen. Wasser? Das kostet aber viel, ey. Irgendwas cooles. Fusel? Ne. Luca-Cola, die sind auch cool. Okay, kann ich verlassen. Auf Wiedersehen. Ups. Keine Aufgabe. Schön. Mal aktivieren. Warten, wie lange habe ich gemacht? Ah, das ist ja, stimmt. Okay. Entschuldigung. Es wird noch so oft öfter passieren, ey. Ist doof, wenn man Husten hat und dann sowas macht. Aber das ist mir völlig wurscht. Ich nehme erst mal eine Waffe zu mir. Also, ich tue sie anlegen und ich nehme sie nicht zu mir. Klein-Kaliber-Gewehr gefällt mir sehr gut. Was sind denn meine Ziele? Was muss ich denn eigentlich machen? Wo muss ich eigentlich hin? Und warum auch noch? Ob da war was Optionales? Äh, mit Victor in Goodspring über ihre Rettung sprechen. Na, mach ich doch mal, oder? Na, warum nicht? Ich weiß immer noch nicht, wie ich das in meiner Waffe wegstecken kann. Ach, geh weg. Äh, abbrechen ist eh. Habe ich Durst oder so? Müde bin ich ein bisschen. Hunger habe ich ein bisschen. Durst habe ich 46. Scheiße. Okay, trinke ich mal kurz was? Äh, das gefällt mir sehr gut, ey. Dass ich da einfach... Das ist 84. Wie viel habe ich? Ja, 64 oder so. Fleisch und Bohnen, perfekt. Essig habe ich erst später. Ich muss es mir einteilen. Ich muss ja einteilungsbereit sein. Das gefällt mir sehr gut, dass man sowas machen kann. Das ist wirklich schön. Und so ein Dreck und... Gut, ich glaube, über das Spiel. Ich springe die ganze Zeit rum. Man tut... Jetzt fällt mir gerade ein, natürlich konnte man in Fallout 3 springen. Also, das habe ich irgendwie Lust. Gott, ist der riesig, der Bulle. Leck mich ja mal. Junges Großhorn. Leck mich ja mal. You take a sip from your trusty... Ach, ich habe eine Suppe... Ich habe ein Süppchen genommen. Ah, ja. You take a sip? Na, warum nicht? Ach, das ist Victor. Servus. Howdy, partner. Howdy, partner. You look good, ey. Danke, dass du mich aus meinem Grab ausgegraben hast. Cool. Cool. Cool, der ist schnell, äh, der ist schlau. Vor 10, 15 Jahren in die Stadt gekommen. Friedliche Stadt. Ich bin ein Security-Ron. Rob goes Security-Ron. Wenn Sie mal meinen Brüdern begegnen, können Sie mit ihm Howdy. Ach, können Sie ihm Howdy von Victor ausrichten. Ich dachte, der heißt Howdy. Auf Wiedersehen. Ja. Have a nice trip. Das ist nett von ihm. So, und jetzt gehe ich. Ich habe keinen Hunger mehr, weil ich so eine Suppe genommen habe aus da. Wow, ist das weit weg. Ach, halt die Fresse. Okay, ich muss nach Prümen. Aber warum nicht? Oh, das war. Ah, zielen. Okay. Äh, mal Ding.